Musik I love a lock like set Die ersten 8 Schritte Den rechten Fuß nach vorn Mit dem linken Fuß machen wir 1 Kaff Das heißt die Ferse am Boden schleifen lassen Den linken Fuß absetzen Mit dem rechten Fuß 1 Kaff Dann setzen wir die rechte Fußspitze vorn ab Und drehen uns nach links Und wieder zurück Und heben das rechte Knie an Diese Schritte noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte Den rechten Fuß zur Seite absetzen Dann drehen wir unsere Ferse nach innen Und die Fußspitze zur Mitte Dann heben wir das linke Knie Und machen eine halbe Drehung Setzen den linken Fuß wieder ab Dann drehen wir die rechte Ferse nach innen Die linke Fußspitze nach innen Und den rechten Fuß Also die rechte Ferse wieder zur Mitte Diese 8 Schritte noch einmal Das war der Ausgangspunkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und alles von Fung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte Den rechten Fuß nach vorn Den linken mit 1 Step daneben Klatschen Den linken nach vorn Den rechten mit 1 Step daneben Klatschen Das ganze wieder zurück Recht zurück Klatschen Links zurück Den rechten mit 1 Step daneben Und klatschen Und alles von vorn Und diesmal fange ich von dieser Seite an Damit man das besser sieht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte Den rechten Fuß zur Seite setzen Etwas breit auseinander Dann drehen wir unsere Ferse nach innen Die Spitze nach innen Und die Fersen wieder zur Mitte Diese 8 Schritte noch einmal Das war der Ausgangspunkt 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8 Und alles von vorn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 In diesem Tanz gibt es auch eine Brücke Und zwar nach der dritten Runde Werden folgende Schritte hinzugetanzt Und das sind Twist-Schritte Wir drehen unsere Ferse Nach rechts, nach links Nach rechts, nach links Noch einmal nach rechts Und wieder zur Mitte Noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wie gesagt, in der dritten Runde Die 6 Schritte hinzutanzen Und jetzt viel Spaß beim Tanzen Wie gesagt, in der dritten Runde